Gehen wir hin? Ja, wollen wir hier uns das, die Drogenbude. Theoretisch sollten wir hier die Einzelnen sein, die so gut ins Bohren haben. Ob du deinen Folder und Intelligenz findest? Ja. Letztens wurde er. Sonja hat eine Granate geschmissen. Danke für 50 Bits Sonja. Wie sieht es aus Klaus? Hast du heute wieder Lust und Zeit? Nö, hier ist nichts. Siehst du, wenn ich mal hochgucke, ist hier der Hund verreckt. The Olden Star Minion. Uh, jetzt. Danke. Muss ihn bloß gar nicht mehr in Sicherheit bringen. Nicht, dass drüben das Maschinengewehr los hämmert. Ja. Wir holen uns auch nichts an. Gar nichts. Ich komm wieder runter, Benji. Jawohl, ich bin in dem Raum mit der Leiche. Mhm. Im Leichenraum. So. Da war er schon dran. Alter, du guckst da oben bloß mal nach Folder of Intelligence. Da hat er hier unten schon geflattert. Ja klar. Ich bin aber schwer beladen. Ich komm wieder praktisch aus dem Knick. Ja. Manchmal fragst du dich auch noch. Läuft bald, was? Ja. Mhm. Schön. Vom Blutgott geküsst, sozusagen. Ich bin nur werkscht. Ich bin nur werkscht, Benji. Werkscht? Ich bin nur werkscht. Ja, wenn ich mal ne Tür drüber zumachen kann? Nee. Okay. Die haben sie rausgetroschen. Set mal du. Hast du nen Motor noch, oder? Nö. Einen Motor? Das schwere Scheißding. 1,4 Kilo. Das geht doch. Was hab ich denn jetzt? Ach, den Griff. Hat er wie so ne Spinne. Ist er in seinem Loch verschwunden. Kennst du die Spinnen, die so in der Erde wohnen? So mit Deck. Ey, da hinten ist er wieder rausgekommen. So, na dann. Wo lang? Vorne? Über... Hier hinten raus? Oder doch hier vorne raus? Alles egal. Du hast immer alle erschossen. Hast du gehört? Hast du gehört? Hast du gehört? Hast du gehört? Ist ja schon. Schuss war oder? Es war ein Schuss, aber wieder so ein komischer. Ja, genau. Vor uns ins Gäv. Mhm. Und ja, da passt sie auf 20 weiter, ne? Achso, stimmt. Du hast recht. Hast du eine Maßbahn? Da hinten? Nee. Hast du den? Nee, ich hab an allen beiden vorbeigeschossen. Das sind zwei, ja. Und von rechts auch einer? Ja. Das war einer zweite, den ich... Kannst du abknallen, Benji. Kannst abknallen. Du musst irgendwo im LKW sein. Die... Wenn du Sicht hast, schießen tot. Die 7 Skefs kriege ich heute noch zusammen, denke ich. Mhm. Und das waren... Das waren jetzt nicht mal 20 Meter. Schade. Deswegen... Minus? Sehr gut. Oh, du warst beschossen? Du warst beschossen vom Sniper oben? Ja. Vom... Vom... Skeleton da hinten? Oder? Oder vom Sniper? Nee, vom Sniper oben auf dem Dach. Ah, okay. Hatt ich das Gefühl. Ich hätt... Oh, ja. Oh, ja. Ist doch so geschossen, ne? Ja. Hat sich auf mich eingeschossen, der Hund. Seh'n aber gar nicht. Ich hab ihn gesehen, aber wenn ich nochmal gucke... Mach den Mist, Benji. Mach den Mist. Er hat eh noch rumgeplägt. Das ist der Rissenske. Kommst du hier ran? Nee. Nicht? Ich bin... Wo bist denn du? Ich bin im Tower drin. Nee, ich bin schon vorne an den Tanks. Alter. Sorry. Uiuiui, den hab ich auch zusammengefackelt. Meine Herren. In seiner scheiß blauen Uniform. Wie genau, oder was? Den brauchst du denn? Brauchst du denn? Ja, ich weiß. Man kommt immer gar nicht bis hin. Was hat er denn drin? Wahrscheinlich... M85... Nö. Halleluja. Er hat gute Munition. Hier läuft was hinter dem Zaun. Hallerst du hier rum? Nee. Leg ihn um. Leg alles um. Weißt du, was hab ich denn jetzt gemacht? Ich trockne. Und das lädt schneller. Ich mach nur Scheiße. Ich mach nur Scheiße. Ugo, Ugo. Musste leider dran glauben. Ja. So kann ich nicht. So aufstehen. Durch den Tanks irgendwie. Ich hätte gedacht, so von hinter mir. Also Richtung. Durchbruch hinten. Ja. Okay. Irgendwo flogen eine Granaten. In meine Richtung. Uh, ich hab bestossen vom Sniper. Ja. Der Penner, Alter. Der rennt was draußen. Durch den Zaun. Interm Zaun. Wo bist du jetzt, Benji? Am Stacheldraht von Alex. Ah, dort. Okay. Links neben mir. Ja. Also auf der Straße war jemand. Ja. Ich glaube, da kommt jetzt hinten rein. Ah, der. Oh. Oh. Ich muss mich kurz heilen. Warte mal. Der Sniper hat mir einen rein gebrezelt. Ja, kommt was. Ist ein Scaf irgendwo? Ist das ein Scaf? Nee. Ich hab einen Spieler erschossen. Gerade jetzt, als ich dachte, es ist ein Scaf. Schießt du schallgedämpft? Natürlich nicht, oder? Achso, doch. Ja, ja, ja. Ich hab gerade den Sniper Scaf auf dem Dach. Auf dem. Oh, das ist ein Scaf. Was denn? Da läuft ein Scaf in. In deine Richtung. Oh, ist voll idiot. Was denn? Achtung hinterm Zaun. Was vor zu dir garan? Ich hab auch gerade gebadet. Im Stacheldraht. Die Spinne bleibt denn ja im Netz? Heil mich mal. Da hinten war noch einer bei mir, der ins Scaf erschossen hat. Mhm. Ich wollte ja eigentlich mal gern mal zu dir kommen. Aber hier ist ein Berufsverkehr. Ich glaub, ich hab's selbst gehört. Ja. Ja. Kump' aus. Oh, jetzt. Da liegt der nächste im Dreck. Ich komm zu dir. Pass auf, hier fliegen Granatenmensch. Hier ist noch. Mhm. Besuch. Solche Richtung? Vom Durchbruch hinten. Irgendwie von der Wand. Jawohl. Ja. Movement. Bewegung. Wahrscheinlich. Naja, ne. Es kam von hinten. Von der Wand irgendwie. Du weißt ja, wo die... Ich bin an der Wand. Ach, da bist du. Bei den Durchbrüchen. Ne, ich bin an der Wand, äh, wo du über den Zaun springen kannst. Ach so, da. Ne, ne. Svenny. Svenny, grüß dich. Hallo. Aber ich glaube, es scheint auch kein Profi zu sein, weil die Granaten fliegen so unkontrolliert irgendwie. So lieblos geworfen. Hauptsache eine Granate raus. Oh, hinter uns. Hinter dir. Habe ich Bewegung gesehen? Ich weiß nicht, ob es ein Scaf war. Ja, ist ein Scaf. Ja. Du bist tot. Okay. Auf der Straße. Rappelt eh noch. Mhm. Nichtsdestotrotz. Wissen Sie, ob das auf uns getriggert ist oder auf den Typen, den du hier vermutest. Hm. Was bin ich denn so schwer, sag mal. Ach ne, ich hocke. So. Ich bin draußen, Benji. Ich laufe hier an dem Ding rum, an meinem Ding. Richtig. Steck mal nach hinten. Und das bei dir? Ja. Ich dachte, ich schmeiß die weiter. Ups, gell. Rechts. Ja, guck mal. Oh. Oh. Da knall dich noch ab. Kurz vom Exit. Finde ich daneben geschossen. Komm, rein hier an die Bude. Ups, das lässt er sich nicht nehmen. So, Klaus, wir sind raus. Na ja, da schade, den einen Spieler habe ich nicht noch looten sollen, den ich auf der Straße ausschossen habe. Auf der Straße. Auf der Straße. Tschüss. Ja. Da. Ja. 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 Da.